ja herzlich willkommen und hallo hier zu meinem zweiten video zum catron sd90 ja heute möchte ich ein paar features vom catron sd90 zeigen die man ihm so auf dem ersten blick gar nicht ansehen kann oder man auch erst findet wenn man tiefer ins menü oder so hineingeht ja das wollen uns heute anschauen bevor ich aber damit anfange muss ich mich erstmal noch mal zu meinem ersten video korrigieren ein lieber zuschauer hatte mich darauf hingewiesen und es unten unter dem video schon vermerkt dass ich mich in anführungszeichen vertan habe da ging es noch mal ich bring euch dahin ins menü zu dem registrierung set up zu meiner entschuldigung muss ich sagen im referenz handbuch ist es tatsächlich mehrere seiten lang falsch beschrieben das ist nicht das was gespeichert wird bei der registrierung sondern das ist das was nicht überschrieben wird wenn ich eine registrierung aufrufe alles was gelb markiert ist wird also beibehalten und alles was nicht gelb markiert ist wird überschrieben so eine art filter beim aufruf der registrierung entschuldigung dafür aber es steht tatsächlich in der bedienungsanleitung nur kurz aber richtig beschrieben im referenz handbuch vom catron zum sd 90 leider auch falsch beschrieben ja ich muss das dann auch lernen und da sind wir auch schon direkt beim ersten punkt was man so auf anhieb nicht sehen kann ihr seht hier die einstellungen midi die presets und die glock ja das ist genial denn hier beim catron werden die registrierungen auch eure midi einstellungen gespeichert das heißt ihr könnt mit einer anderen registrierung auch ein ganz anderes midi set up aufrufen ihr könnt also wirklich sagen dass eine greift noch auf ein anderes gerät zu die nächste registrierung greift nur intern auf den catron zu der nächste wird wieder von der glock synchronisiert also das ist hier ganz toll gelöst da haben wir bei manchen anderen herstellern schon ewigkeiten darauf gewartet dass es endlich möglich ist hier beim catron kann das midi set up in der registrierung mit gespeichert werden und nachher kann auch gesagt werden es wird bei einer beim aufruf einer registrierung mit überschrieben oder wie jetzt zum beispiel in meinem fall ist es nicht gelb markiert also wird es beibehalten ja schauen wir mal gerade ja muss selbst immer überlegen ja es wird nicht gefiltert ja oder jetzt bin ich selber gerade verunsichert wird es jetzt überschrieben wenn es aufgerufen ist doch andersrum ist es nun also es jetzt würde würde bei wenn es gelb ist wird es überschrieben werden und so wird es nicht überschrieben ja aber ich schaue doch lieber noch mal das ist ein bisschen man weiß jetzt nie wie es ist wenn es selektiert ist okay ja das war schon mal ein punkt ja einiges hatte ich letztes mal beim schnellen überlauf über das gerät ja schon gesagt trotzdem möchte ich noch mal drauf zurückkommen wir können also auch das sieht man nicht so am anfang man sieht am anfang nur die die voice man sieht die zweite voice ja und ich werde jetzt mal so eine voice an tatsächlich wir können für die rechte seite können wir vier voices festlegen wobei eine davon noch extra separat ein und ausschaltbar ist ja die entsprechende lampe leuchtet dann hier und man kann hat auch hier einen zweiten regler dafür wir können also hier bis zu vier voices für die rechte hand und ich gehe auch noch mal kurz darauf ein im style können wir dann festlegen hier unten sieht man es low 1 soft low 2 e piano und hier kann uns noch mal größer sehen wir haben also lower 1 und lower 2 wir haben zwei voices für die linke hand die man frei auch auswählen kann bzw die dann im style gespeichert werden ja hier könnte ich jetzt eine aufrufen und hier die andere ja damit sind wir auch schon fast beim nächsten punkt ich gehe noch mal gerade auf die voices gehen auch mal hier in den voice setup hierüber wenn wir hier drauf klicken haben wir alle voices im gerät zur verfügung piano chromatisch orgel akkordeon gitarren das sind wesentlich mehr voices voices als hier diese preset voices die wir haben ja wo wir hier sehen page 2 von 5 also das sind die piano voices jetzt an preset voices haben wir da 9 18 27 36 und noch mal 4 sind 40 und wenn wir jetzt wirklich in die voice einstellungen reingehen haben wir allein unter piano 2 4 6 also 12 pro seite 24 36 48 plus noch mal 50 52 54 56 57 nur piano voices die piano und chromatischen voices sind noch in dem preset zusammengefasst und hier haben wir noch mal extra die chromatischen voices ja also wesentlich mehr hier kommen wir an alle voices ran ja wo wir gerade hier sind noch mal ein feature was in den letzten oder beim letzten update vom ketron erst dazu gekommen ist ich hatte es in unserer übersicht angesprochen die effekte und habe dort auf die effekt typen gesetzt und habe gesagt oh guck mal hier alles nur presets ja da wenn ich jetzt da hingehe und ein preset auswähle dann kann ich hier noch zwar noch sagen an und aus ich kann auch noch die lautstärke des presets verändern ich könnte auch noch mal hier presets auswählen aber die feineinstellungen die gibt es aber ja die feineinstellungen finde ich auch unter voices wenn ich hier in die einstellen gehe und zwar hier unter edit so und dann hier noch mal unter effects enhanced edit hier kann ich für die effekte und auch hier für den equalizer compressor distortion delay hier kann ich die effekte fein einstellen dazu muss ich aber sagen ja vor ungefähr anderthalb jahren hat der ketron sein letztes update 2.1 bekommen erst da wurde das wohl implementiert oder verbessert kann ich jetzt nur aus dem sagen was ich gelesen habe hier gibt es also auch feineinstellungen für die effekte nicht nur die groben presets hier kann man also dann auch feineinstellungen hier kann man auch die presets dann nochmal auswählen und so weiter also das geht natürlich auch ja dann noch eine geschichte die ich sehr wichtig finde und zwar hier unten haben wir diese leiste die können wir hier umschalten mit verschiedenen sachen und dort finden wir die sogenannten user tabs die man frei belegen kann die auch abgespeichert werden und beim nächsten neustart wieder erhalten bleiben und in den user tabs finden wir unter user nicht unter user tab 1 kann man sich auf jedes user tab legen den halfbar so die halfbar funktion findet man hier in den user tabs man sieht da kann man ziemlich viel auswählen was man da direkt aufrufen kann und unter anderem ist da auch die halfbar funktion ja halfbar heißt ganz einfach wenn ihr zum beispiel einen song habt im vierviertel takt und in diesem song kommt mal ein zweiviertel takt vor drückt ihr einfach in den zählzeiten 1 2 auf halfbar und dann spielt der style auch nur einen halben takt jetzt haben wir noch mal ihr seht hier oben läuft der style und dann macht er auch nur den halfbar noch mal dann hört er bei zwei auf und fängt wieder an oder ich hatte sogar schon jetzt gestartet dann macht er natürlich den ersten takt direkt mit halfbar also halfbar funktion auch beim catron st 90 kein problem und erhalten ja dann kommen wir zu dem nächsten schönen feature was man so am anfang nicht sieht thema tempo und wenn ich beide tempo tasten auf einmal drücke kommt hier dieses bild was aber gleich wieder weg geht ich drücke mal gerade lock lock heißt das tempo in diesem fall 125 wird gehalten hat dann ein kleines sternchen hinter der tempo anzeige das bedeutet nicht dass ich das tempo jetzt nicht steller oder langsamer machen kann ja aber wenn ich jetzt den style wechsel bleiben die 125 erhalten ebenso wenn ich extern aber das ist schon etwas für fortgeschritten wenn ich extern den catron synchronisiere per midi clock auch die midi clock zählt also es nicht so dass der stuhl jetzt bei 125 bleibt kriegt er von außen ein clock signal dann wird auch das tempo entsprechend angepasst auch schön gemacht da muss man sich nicht drum kümmern man kann hier nur festlegen ob die festgehalten werden für den style wechsel ja und da sind wir auch schon direkt danach man sieht es kurz es wird immer kurz eingeblendet hier haben wir die accelerando und ritterrando funktion auch ganz toll gemacht wenn ich zum beispiel im style schneller werden möchte dann drücke ich drauf drücke kurz die accelerando funktion ihr seht der style der wird immer ein bisschen schneller immer in fünfer schritten wenn ich sage ist schnell genug drücke ich einfach nochmal drauf so jetzt machen wir das ganze mit verlangsam mit der ritterrando funktion der style wird langsamer ich denke solange der ritterrando läuft oder das ritterrando genau geht dieser bildschirm auch nicht weg bis ich dann noch mal kurz antippe und ich kann wieder in den pembo spielen dann geht auch der bildschirm weg mache es noch mal steigert sich wieder der bildschirm bleibt erhalten bis ich sage okay genug beschleunigt und wir sind im tempo eine tolle funktion wie ich finde und dann geht der bildschirm auch wieder in seinen ursprungszustand zurück ja ich habe mir ein paar notizen gemacht deswegen muss ich ab und zu mal gucken dass ich auch nichts vergesse ja my list ganz genau ja sind wir auch dabei ich hatte es glaube ich kurz angesprochen bei der übersicht aber möchte noch mal darauf eingehen my list ist eine funktion um aus den ganzen styles die wir haben und nicht nur aus den preset styles das können auch user styles sein user styles sind eigene styles oder ich gucke mal ob ich hier einen habe da habe ich einen user styles daraus kann ich in meiner liste noch mal drauf ja das ist jetzt my list hier oben steht my list jetzt habe ich bildschirm aus versehen berührt so und habe dann hier mehrere seiten mit meiner eigenen style ist ja genau mal drauf so jetzt habe ich sie ich habe es jetzt nicht im kopf ich glaube es sind zehn seiten legt mich jetzt nicht fest wo ich meine eigenen styles mal eben abspeichern kann user styles abspeichern kann um dann schneller zugreifen zu können das ist meine so eine art favoriten liste in diesem fall für styles ja kurz schon erklärt unter user finde ich meine eigenen styles ich irgendwie hinzugefügt habe oder aus dem style aus einem preset style erstellt habe und da komme ich dann direkt auch zur voice list das ist dasselbe für voices wie aber auch für user voices also hier in der voice list habe ich auch wieder einige seiten mit eigenen voices aus diesen preset styles ach hier sieht man es oben hier sind es zehn seiten ich glaube ich lege mich nicht fest bei styles kann ich jetzt nicht auswendig sagen wie viele seiten es sind aber es sind einige hier habe ich zehn seiten page da oben steht page 1 bis page 10 ich kann auch in beide richtungen hier hin und her springen page 1 mit eigenen voices beziehungsweise voices aus den user voices und so weiter ja dann möchte ich noch auf eine andere geschichte kurz eingehen ich gehe wieder in meine styles rein und wähle mal hier wieder voice und vari das sind im grunde so genannte oder so werden sie auch bei catron genannt ots und ots einstellungen das heißt für variation a ja bis auf abcd gelegt habe ich hier entsprechende voices gewählt und kann aber auch hier sagen dass zum beispiel bagno jetzt nicht bei b sein soll sondern bei a dann gehe ich einfach auf a und wähle das bagno an gehe auf b und wähle die musette an gehe auf c und wähle das romantik piano an und schon sind die anders zugeordnet auf a habe ich jetzt das bagno auf b die musette auf c die romantik piano hier kann man auch noch mal für jede voice die lautstärke im verhältnis verhältnis regeln ja also hier kann ich sagen die lautstärke soll etwas lauter sein oder etwas leiser sein hier seht ihr das geht bis 20 ja also hier geht es bis 30 oder dann minus 30 im verhältnis das heißt nicht einfach wird die hochgesetzt sondern ist sie auf sage ich mal 70 eingestellt kann sie bis 100 erhöht werden oder bis 40 erniedrigt werden ist sie auf 80 eingestellt entsprechend im verhältnis ja und da wollte ich auch eingehen auf die geschichte variation wofür ist das das sind einfach vier ausgewählte spuren aus dem style die ich ein die ich ein und ausschalten kann live mitten im spiel mitten in dem in der ja mitten im style spiel das kann ein effekt sein das kann aber auch ein rhythmus sein auch da kann sich alles hinter verbergen das sind einfach vier spuren die man entsprechend im style ein und ausschalten kann auch das so eine geschichte die man vielleicht auf anhieb gar nicht sieht damit kann man den style ausdünnen oder man kann ihn lassen wie er ist auch schön ein schönes feature für das live spielen ja ja dann weiß ich nicht auch das denke ich mal sollte noch mal erwähnt werden wir haben hier im ketron einen audio editor ja dafür sollte man vorher hat mich gerade darauf hingewiesen auch eine irgendeine waff auswählen und die muss nicht laufen ich gehe jetzt noch mal ins menü werde den audio editor und dann habe ich diese auch im audio editor moment sekunde warten so jetzt aber also noch mal audio editor da ist sie so das ist der audio editor hier kann ich ihr seht jetzt hier dass ich hoffe ja schwer zu sehen hier läuft ein kleiner strich den kann ich jetzt vor diesen ersten impuls das sage ich jetzt mal fahren und kann entsprechend hier schneiden und kann den anfang und das ende vom audio editor nutzen um meinen wave meine waff datei zu schneiden was ich noch nicht probiert habe ob das auch mit mp3s geht habe ich jetzt nicht im kopf aber müsste ich noch ausprobieren wir haben auf jeden fall einen editor an bord dazu muss ich aber auch sagen dass die stopp funktion noch nicht hundertprozentig funktioniert aber da hat man mir von ketron oder haben mir leute von ketron gesagt dass wir da da wird das da noch mal nachgearbeitet oder nachgebessert wird aber hier kann ich wenigstens schon mal grob mein audio schneiden auch nicht selbstverständlich wir haben einen audio editor direkt im gerät nein ich möchte es nicht speichern und kann dann weiter gehen ja dann kommen wir zur nächsten geschichte die man überhaupt eigentlich gar nicht erst so erwähnt wenn man es nicht kennt das normalerweise wenn man hier mit diesen reglern arbeitet dass dort sprünge entstehen können ketron hat das per software wunderbar gelöst und zwar hat ketron die die lautstärke das kann man einstellen dieses steil lautstärke option werden immer an die regler angepasst aber man sieht hier schon die werden jetzt nicht auf maximal gesetzt nur weil die regler auf maximal sind also hier ist es immer so wenn ein style geladen wird werden sie an die lautstärke hier angepasst und dann kann man die lautstärke regler verändern ohne dass irgendwelche sprünge entstehen das möchte ich gern für midi noch mal separat zeigen und zwar gehen wir hier mal auf die player funktion und können hier midi mix ein oder ausschalten das heißt wenn ich diese option ausgeschaltet habe und ich lade ein midi in den ketron dann bleibt alles wie es ist das heißt das midi behält in allen spuren seine lautstärke ja ich gucke mal gerade ob ich ein midi geladen habe ich habe zu verweise 1 geladen und und das sollte auch eigentlich also das werde ich moment das ist er kommt ja auf dem player an ich habe jetzt hier das midi geladen zack genau starte das nochmal stoppe das nochmal und gehe jetzt hier rein starte es jetzt na warum will das jetzt nicht starten ja doch moment ich glaube es wollte gerade die geduld jetzt steht player 1 nicht mehr dann kann es auch nicht starten nochmal so ich will jetzt nicht den karaoke bildschirm sehen so so sondern möchte euch diesen bildschirm zeigen ich gehe mal hier in den mixer so ihr seht jetzt hier die ganzen zahlen und wenn ich jetzt hier etwas verändere tut sich tatsächlich was bei den drums das ist der drum regler so hätte es da schon zeigen können das ist der bass den kann ich hier regeln das sind viele regler die sich bewegen alle die mit chord zu tun haben und dann haben wir hier nochmal den lower und wave regler der auch nochmal einige pegel verändert so ich mache jetzt mal alle runter und das ist jetzt das wichtige wir haben alle werte auf null bis auf die das sind die beiden left voices für die linke hand und schieben die regler jetzt mal alle auf volle pulle hoch und ihr seht die bleiben stehen bei gewissen werten da geht kein wert auf 127 jetzt außer overdrive gerade mal gucken welcher regler damit das war dieser regler dann war der auch vorher bei 127 aber alle anderen gehen runter auf null und werden im verhältnis wieder hoch geschoben und bleiben an ihren maximalen positionen auch stehen das heißt wenn ich hier schiebe gibt es keine sprünge so gut wie keine sprünge und ich kann wunderbar live mit diesen reglern arbeiten ja genau so und wähle ich jetzt hier unter funktion den midi mix an dann wird natürlich ein geladenes midi file ich gucke mal ob ich noch ein anderes zur auswahl habe sonst lade ich das einfach nochmal neu ich lade das einfach nochmal neu na stoppe das dann wird dieses midi file meinen reglern angepasst ja habe ich also jetzt wirklich ich regele jetzt mal diesen reglern auf null und würde das midi file nochmal laden so gehe auf den gm mixer dann sind tatsächlich diese werte auf null ja wird diesem regler angepasst die würden mir jetzt fehlen beim abspielen dafür kann man diese funktion ja ein und ausschalten ob man sie haben möchte oder nicht macht man midi mix aus werden sie nicht an die regler angepasst werden sind aber im verhältnis regelbar auf jeden fall und das ist denke ich mal eine schöne funktion womit man entsprechend zwischen wenn man midi files auch wechselt entsprechend die lautstärken schön angepasst behalten kann ja auch das ist eine funktion die man auf den ersten blick denke ich mal nicht so sieht ja beim style hatte ich das gesagt ist das das ähnliche oder das gleiche so jetzt wollte ich nochmal kurz zur jukebox kommen da auch nochmal auf diese effekte in der jukebox haben wir nochmal die möglichkeit effekte einfach loszuschicken das hatte ich glaube ich aber auch im übersichts modus oder im ersten video einfach mal erklärt also hier habe ich verschiedene effekte wo ich natürlich auch über die playlist funktion noch meine eigenen effekte hinzufügen kann da oben sieht man playlist 1 die ich dann auch nutzen kann also hier hat man nochmal eine möglichkeit so eine art multipad oder wenigstens one shot multipad abzuschießen ja das möchte ich auch nochmal kurz erwähnt haben ja und das ganz tolle wo ich jetzt auch nochmal zukomme ist die suche wir haben eine suchfunktion wenn ich nicht im style modus bin so suche so damit kann ich im gerät suchen ich kann auf drei arten suchen ich kann entweder hier diese suche benutzen jukebox m da ist jetzt jm gibt es nichts ähm genau delete ich kann also sagen m dann sucht er nach alles was mit m beginnt ich sag mal p pcm playbox ich kann also hier nach anfangsbuchstaben suchen das ist eine möglichkeit der suche ich kann aber auch alphabetisch suchen einfach aus teilen von einem von einer von einer datei die ich suche ich nehme mal e und r ja dann haben wir sachen überall wo ein er drin vorkommt wir sehen er greift im moment jukebox launch das ist die festplatte zu also die die eingebaute der eingebaute speicher festplatte will ich nicht sagen der eingebaute speicher ich kann aber auch mit der media funktion sagen er soll auf den stick gehen und suche da nochmal setze die suche da ein und sagt doll da jetzt will ich es nicht will ich es nicht übertreiben sonst haben wir zu viel ich suche mal nach waff mal sehen ob er da was findet ja und das sind jetzt alle dateien mit waff auf meinem usb stick also ich kann auf dem usb stick suchen äh und er findet nicht nur waff dateien er findet auch alle arten von dateien hat hier eine jpeg gefunden waff editor jpeg und äh also das ist jetzt nicht nur dass er jetzt waff dateien sucht also er findet alles sowohl gehe nochmal drauf ich könnte jetzt auch auf der auf der sd-karte aber die ist leer da könnte ich suchen kann wieder hier zurückgehen kann wieder auf suche gehen und kann nochmal sagen rts mal sehen ob da was kommt da hat man kurz gesehen hat gesucht aber ich glaube da hat er nichts gefunden rts nein ich glaube das sind keine suchergebnisse guck nochmal äh es mal sehen was er da findet ja das befindet sich jetzt wieder auf dem speicher ähm meines gerätes also die suche ist wunderbar und wir können auch hier noch numerisch suchen der sucht aber jetzt nicht nach zahlen sondern sucht hier vorne die dateien werden alle nummeriert ich suche jetzt mal hier die nummer 2 hat er everlasting love waff gefunden ich guck nochmal ich suche nochmal die nummer 3 geht hier direkt auf verließe nevidat waff ich gucke aber nochmal durch er müsste nämlich eigentlich auch meine registrierung finden aber es kann sein dass ich da vorher in rex reingehen muss und ja da habe ich dann hier die nummer numpad funktion genau sage hier die 2 dann findet der entsprechend die registrierung Nummer 2 ok ja also das gesagt zu der suche versuche nochmal auf player 1 zu gehen gehe nochmal hier auf suche und suche mal gerade nach ever ja da findet er auch meine Rack everything i do everlasting love hier sieht er auch er sucht meine er hat auch meine Rack gefunden meine registrierung die ich am catron erstellt habe ja also super super suchmöglichkeit nicht nur für registrierung sondern für alles im gerät und auch auf sämtlichen angeschlossenen ja angeschlossenen usb sticks oder auch auf der sd karte ja ja dann möchte ich auch nochmal erwähnen wenn ich das im ersten video noch nicht gesagt habe bei den styles diese styles die können in jedem der parts ein anderes tempo haben und eine andere takt art haben also für jeden ich gucke mal gerade ob man es hier sehen kann rekord wollte ich jetzt nicht einschalten arranger a schauen wir gerade ob wir hier die parameter ja wir haben hier time signature von vier vierteln das kann in jedem in jedem part anders sein und auch das tempo 75 kann in jedem part für sich eingestellt werden das wollte ich nochmal erwähnen ja dann auch noch kurz nochmal zurück zum player oder zu den playern exit wir haben zwei player zur verfügung ja in jedem player also hier kann eine waff datei geladen werden und in dem anderen player kann ich ebenso eine waff datei laden kann auch beide zusammen starten natürlich jetzt nicht synchron waff sowieso nicht synchron hab hier den player 2 und hier den player 1 und jetzt muss ich ja wissen wenn ich jetzt hier den stopp knopf drücke welcher player wird gestoppt der der blinkt wird nicht gestoppt also immer der der konstant leuchtet in dem fall player 2 wird gestoppt wenn ich nun die stopp taste drücke oder wenn ich hier die funktionstasten nutze gehe ich jetzt zu player 1 der ja noch läuft schalte ich um kann ich den jetzt hier stoppen ebenso wenn hier style taste an wäre jetzt kann ich mit der start taste den style stoppen nur mal so zu der orientierung was denn jetzt gestartet wird mit diesen tasten hier also beide player sind unabhängig in beide können mp3 in beide können waff da gibt es keinerlei begrenzung ebenso der ein oder andere wird es wissen der ketron basiert auf linux das betriebssystem vom ketron ist linux das heißt hier gibt es auch keine festen werte wie viele ordner dürfen wie viele dateien dürfen in die ordner rein alle ordner außer jetzt spezielle ordner von ketron die limitiert sind aus systemgründen können sie können frei mit dateien belegt werden also ich habe jetzt einen ordner mit 2000 styles zum beispiel das ist gar kein problem die grenze ist liegt irgendwo bei 32.000 dateien die hoffentlich nicht in einem ordner habt was entsprechend dann auch für verzögerung sorgen würde also da bitte gibt es keinerlei begrenzung wieviel dateien ihr in einem ordner haben dürft ja dann komme ich noch zum letzten thema was ich dann auch irgendwann jetzt in einem video nochmal genau besprechen werde wir werden dann sowieso die nächsten videos werden dann immer speziell für eine gewisse sache sein das ist nochmal das launchpad oder die launchpads da möchte ich nochmal zu sagen es ist im grunde ja ich sag mal eine kleine dhw direkt eingebaut hier im ketron das ist im grunde nichts ich darf jetzt will jetzt keinen namen nennen wie eine andere eine andere sequencer software die basiert ist auf diesen pads hier die ich frei belegen kann in die ich waff einsetzen kann okay limitiert auf drei waff pro szene dann ist schluss also an waff dateien andere dateien dürfen natürlich da rein midi dateien midi files style dateien hier kann ich auch ein style importieren das ist gar kein problem das nochmal kurz gesagt launchpad separat ist im grunde eine kleine dhw komplett hier eingebaut mit timesignatur wie ihr seht mit einem song modus in dem ich den ablauf bestimmen kann was hier abgespielt werden soll zähne 2 einmal zähne 3 zweimal okay song modus an wir sehen gerade mal auf ihr seht dann schaltet ihr hier automatisch die zähne um mal gucken zähne 3 zweimal und jetzt sagen wir noch dazu zähne 1 einmal okay start zwei zähne 3 zähne 3 zähne 1 irgendwo kann man dann auch noch festlegen was er machen soll wenn er am letzten bei der letzten szene angekommen ist wir haben hier lautstärke wir haben hall wir haben chorus dafür also das ist ein ganz separates thema hier kann man zu spielen hier kann man einen style einladen den kann man auch dann noch steuern über die akkorde kein thema also das mal so am rand zum thema launchpad auch ein großes thema ja und das war es jetzt erstmal denke ich mal okay mir fällt noch gerade jetzt spontan ein thema ein das ist das drum set gehen wir wieder in den style modus zurück ja das da bin ich auch grob drauf eingegangen hier können wir ein komplettes drum set selber erstellen aus diesen drum sets die mir zur verfügung stehen im catron kann ich sagen mache ich ein eigenes user drum set und hier kann ich jeden jede einzelne note die gespielt wird mit einem anderen clap belegen ja hier seht das sind nicht nur die zwei claps die man sonst in einem drum set hat das sind mehrere claps und was es da noch so alles gibt das kann man hier frei programmieren das denke ich mal sollte auch noch erwähnt sein gut die drum set taste sieht man aber wenn man ihn sich ansieht ja das ist so ein thema features und so ein paar versteckte kleinigkeiten vom catron die man vielleicht so auf anheb nicht sieht ja ich freue mich dann demnächst das spezielle video oder das erste spezielle video zu einem thema zu machen ihr könnt mir auch gerne in die kommentare schreiben welches thema hättet ihr denn gern zuerst wo soll ich zuerst was ein video zu machen ja wichtigste bleibt gesund bleibt mir treu ich hoffe es hat das hat euch gefallen schenkt mir einen daumen nach oben oder schreibt mir was nettes in die kommentare ich freue mich drauf euer michael bis zum nächsten mal